Hallo zusammen und willkommen zum Lumina Update 1.01. Am vergangenen Montag, den 25. Januar 2021, hat Skylim das Update 1.01 für den deutschen Markt veröffentlicht. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich, war es schon in den vergangenen Tagen davor zur Verfügung gestellt worden. Ich möchte dir heute die Neuerungen zeigen und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Skylim sagt, dass sie dieses Update veröffentlicht haben, um eine flüssigere Benutzererfahrung zu ermöglichen. Ob das stimmt, das werden wir uns jetzt in diesem Video anschauen und es gibt einige Neuerungen, die mit Update 1.01 hinzugekommen sind oder verbessert worden sind. Starten möchte ich mit der ersten Veränderung und dafür muss ich einmal in die Rubrik Bearbeiten wechseln. Hier sieht man auch schon, was ich meine. Auf der rechten Seite hatten wir früher die verschiedenen Rubriken ganz rechts hier in einem Untermenü aufgelistet. Wir hatten damals hier die wesentlichen, dann die Kreativfilter, die Portraits und die Profilter mit eigenen Symbolen und konnten die dann einzeln öffnen. Jetzt sind alle Filter hier untereinander aufgelistet, aber farblich markiert und wir haben hier oben auch noch die Möglichkeit zu sehen, in welcher Rubrik befinden wir uns eigentlich. Die wesentlichen Filter haben die Farbmarkierung von so einem Türkis bis zu einem Blau. Die Kreativfilter fangen hier bei Pink an und haben hier so einen Pink-Orangenen Ton. Portrait startet bei Gelb und endet bei Orange und die professionellen Filter fangen bei Grün an und wechseln dann hier unten auch in so einen Türkis-Grün. Also wir haben einmal die Farbpalette komplett durch. Meine Meinung zu dieser neuen Anordnung, ich muss sagen, dadurch, dass das Ganze farblich markiert ist, finde ich es gar nicht mal so schlimm. Eigentlich finde ich es immer noch sehr sauber aufgelistet und man sieht auch relativ deutlich, in welchen Filterbereichen oder in welcher Rubrik ich mich gerade hier befinde. Ich fand es eigentlich ein bisschen umständlich hier das Ganze über diese Symbolleiste, die hier auf der rechten Seite vorher da gewesen ist. Man musste das immer anklicken, wenn man irgendwo hin wechseln wollte. Jetzt denke ich mal, läuft das Ganze ziemlich flüssig, wenn ich mir das hier so anschaue. Wir sind relativ schnell mit dem Mausrad in den verschiedenen Rubriken und ich muss nicht jedes Mal hier rüber gehen, wenn ich in eine andere hinein möchte. Außerdem muss ich sagen, das Öffnen und das Bearbeiten, auch das läuft sehr, sehr flüssig. Hier kann man tatsächlich sagen, ist das, was Sie bis jetzt gesagt haben, dass Sie eine flüssigere Benutzererfahrung zur Verfügung stellen wollen, ist Ihnen hier tatsächlich auch geglückt mit zumindest den verschiedenen Filterrubriken. Das zweite, was Sie verändert haben, das ist jetzt hier beim Import. Wenn ich auf dieses Plus-Symbol klicke, dann haben Sie das Ganze jetzt hier nochmal mit Grafiken hinterlegt. Also wenn ich einen Ordner in den Katalog laden möchte, dann kann ich das Ganze hier rüber machen und möchte ich eine Einzelbildbearbeitung durchführen, dann kann ich das Ganze über dieses Bildsymbol hier durchführen. Auch hier muss ich sagen, dass ich diese grafische Darstellung sehr gut finde. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Es wird sicherlich auch Leute geben, die sagen, man hätte das auch einfach mit den Schriften lassen können. Ich persönlich finde das mit diesen Grafiken eigentlich sehr angenehm. Eine weitere Veränderung befindet sich in den Vorlagen. Dafür wechseln wir mal in die Rubrik der Vorlagen und warten den kurzen Moment, bis das Bild aufgebaut ist und er entsprechende Vorlagen vorgeschlagen hat. Denn die Veränderung befindet sich auch hier oben und zwar im Bereich für dieses Foto. Wir haben immer noch die drei verschiedenen Vorlagensammlungen, die er uns jetzt hier vorschlägt. Aber wir haben jetzt hier Pfeiltasten, um durch diese Vorschläge durchzuspringen. Vorher war hier unten so eine Laufleiste, die man sehr mühselig hier anklicken musste und die Maustaste gedrückt halten musste und dann hier rüber zu kommen. Das ist auch meiner Meinung nach intuitiver geworden bzw. eben was dieses Update angeht, um eine flüssigere Benutzerfreundlichkeit hier darzustellen. Können wir jetzt hier einfach per Mausklick durch die Rubriken springen. Und auch das muss ich sagen, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Bild, denn die nächste Neuerung oder Erweiterung betrifft einen speziellen Filter. Wir gehen mal wieder in die Rubrik Bearbeiten und suchen uns mal den Filter im Kreativbereich heraus. Und zwar geht es hier um den Filter Tönung. Da war es bis jetzt so, dass wir diese Schatten- und Lichter-Buttons hier in der Form nicht hatten. Das haben sie jetzt geändert. Das haben sie angepasst an andere Luminar AI Tools, wo wir zwischen verschiedenen Bereichen hin und her wechseln konnten. Das nächste, was sie verbessert haben, sie haben jetzt Tooltips hinzugefügt. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt hier auf einen der Filter gehe, dann bekomme ich so eine kleine Information, was dieser Filter denn eigentlich bewirken soll, wie das in einigen anderen Programmen vorhanden ist. Das macht es leider nicht. Du siehst, wenn ich jetzt hier über die einzelnen Filter drüber havere oder mit der Maus drüber gehe, da gibt es kein Tooltip. Was mit Tooltip gemeint ist, ist, wenn ich hier oben drauf gehe, dann sehe ich jetzt, dass ich jetzt hier im Vorher-Nachher bin oder dass ich mir hier die Vorschau anzeigen kann zwischen Original und bearbeitetem Bild. Hier ist natürlich nichts bearbeitet, kann ich natürlich jetzt hier euch nicht zeigen. Oder hier, dass das Zoomen jetzt hier gekennzeichnet ist. Ja, ich muss sagen, ich hatte mir tatsächlich was anderes darunter vorgestellt. Die nächste Verbesserung betrifft die Übersetzungen. Und zwar haben sie die deutsche, die japanische und die französische Übersetzung verbessert. Inwieweit das der Fall ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, kann ich euch nicht sagen. Denn ich habe in letzter Zeit gar nicht darauf geachtet. Ich weiß, in der Beta hatte ich mal einen Kommentar, der mir gesagt hat, ja, die Übersetzung passt auch noch nicht. Das ist alles Kauderwelsch. Das stimmte auch in der Beta. Muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt hier in der finalen Version gar nicht darauf geachtet, wo da noch etwas in so einem Englisch-Deutsch, also in so genannten Denglisch, noch gestanden hat. Von daher seht es mir nach, wenn ich euch da jetzt kein Beispiel zeigen kann. Außerdem haben sie jetzt sämtliche Vorlagen ebenfalls in die entsprechenden Übersetzungen angepasst. Also auch hier die entsprechenden Vorlagen. Ich kann euch das hier oben ja mal zeigen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel urbaner Stil oder Nahaufnahmen. Ich weiß auch hier leider nicht, was hier in der Vergangenheit noch in Englisch gewesen ist. Von daher auch hier seht es mir bitte nach, wenn ich jetzt hier euch kein direktes Beispiel zeigen oder nennen kann. Wir haben es auf jeden Fall verändert. Finde ich gut, dass sie daran arbeiten, dass das Ganze auch ein bisschen dann professionell aussieht, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Das waren auch schon alle Änderungen, die Lumina AI Update 1.01 mit sich gebracht hat. Skyrim sagt außerdem, sie haben insgesamt 111 Fehler behoben. Darunter 11 Grundfehler für macOS und 7 Fehler für Windows, die dazu geführt haben, dass Lumina AI abgeschmiert ist. Welche Fehler das für das jeweilige Betriebssystem sind, das werde ich dir jetzt gleich noch vorlesen. Für all die, die das nicht mehr interessiert, die können an dieser Stelle abschalten. Da möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn Sie einen Daumen nach oben da lassen würden und beim nächsten Video wieder einschalten. Für all die, die das interessiert, ich fange jetzt mit den Fehlern, die behoben worden sind für macOS an. Fehler Nummer 1, der behoben worden ist, exportieren Sie Fotos und ersetzen Sie vorhandene Dateien in Ordnern ohne Abstürze. Fehler Nummer 2, verschieben Sie Unterordner innerhalb eines Ordners ohne Probleme. Verwenden Sie Klonen und Stempeln für gesumte Fotos und erzielen Sie ein flüssiges Ergebnis ohne Artefakte oder Abstürze. Fehler Nummer 4, wechseln Sie reibungslos zwischen Vorlagenvorschauen, ohne dass sich die vorherige und die nächste Vorlagenvorschau mehr überschneidet. Fügen Sie Ihre Texturen im lokalen Maskierungswerkzeug, PNG-Dateien hinzu. Das war Fehler Nummer 5. Fehler Nummer 6, verwenden Sie Command plus Z oder Undo im Löschwerkzeug, um einen Schritt zurückzugehen, anstatt alle vorherigen Anpassungen zu entfernen. Fehler Nummer 7, das Sky AI Tool zeigt jetzt alle Bilder in der Liste benutzerdefiniert an, einschließlich Bilder, die mit der Erweiterung TIF mit Doppel-F oder TIF mit IMF versehen sind. Fehler Nummer 8, installieren Sie Lumina AI als Plug-in in Lightroom und Photoshop im Handumdrehen ohne doppelte Dateien im Plug-in-Ordner. Fehler Nummer 9 bis 11 betrifft sowohl Windows als auch macOS. Deshalb werde ich die jetzt auch in dieser Reihenfolge weiter vorlesen und dann am Ende die Windows-Fehler. Also unter Windows, macOS. Fehler Nummer 1, beim Auftragen von Skin AI sind auf dunkleren Fotos keine Artefakte mehr sichtbar. Fehler Nummer 2, keine Halo-Artefakte mehr nach dem Arbeiten im Erase Canvas, nachdem Sky-Objekte platziert worden sind. Fehler Nummer 3, erzielen Sie mit Composition AI eine perfekte Komposition und verwenden Sie das Vignette Tool ohne Abstürze. Kommen wir jetzt zu den Fehlern, die in Windows behoben worden sind. Fehler Nummer 1, keine Probleme mehr beim Arbeiten im Bearbeitungsfenster, wenn der Bildschirm auf 150% skaliert ist und Sie in Full HD arbeiten. Fehler Nummer 2, übernehmen Sie Änderungen im Optikwerkzeug und wechseln Sie ohne Verlust der Bildschärfe zu anderen Werkzeugen. Fehler Nummer 3, erleben Sie eine reibungslose, absturzfreie Migration von Lumina 4, auch wenn auf den Ordner Lux nicht zugegriffen werden kann. Inwieweit ich auf Lumina 4 hier zugreifen kann, muss ich tatsächlich sagen, wäre mir neu. Okay, ich weiß, dass ich über einen Umweg von Lumina 4 auf Lumina AI zugreifen kann, aber ihr seht, ich gucke gerade hier mal durch, ob ich hier irgendwo jetzt Öffnen mit oder Exportieren nachfinde. Hier kann ich zwar exportieren, aber da werde ich wahrscheinlich nur genau ins Exportieren Tool kommen. Das ist also uninteressant. Darstellung, da ist auch nichts drin, im Konto dürfte das auch nicht sein und im Fenster oder im Hilfe-Menü auch nicht. Also von daher, bei dem Fehler weiß ich nicht genau, was da gemeint ist. Gehe zu, Bilder des gleichen Datums, Anpassungen. Ja, also ihr seht, ich kann es auch hier nicht irgendwie nach Lumina 4 rüberschicken. Von daher, wenn von euch jemand weiß, was damit gemeint ist, gerne mal unten in die Kommentare. Fehler Nummer 4. Erzählen Sie eine realistische Hintergrundmischung, wenn Sie Ihre benutzerdefinierten Objekte im PNG-Format mit Augmented Sky AI hinzufügen. Fehler Nummer 4 ist an dieser Stelle der letzte Fehler. Die anderen 3 hatte ich dir ja schon vorgelesen, als es darum ging, welche Fehler wurden in beiden Systemen hier behoben. Ja und das war es auch schon mit dem Update-Video zu Lumina AI. Ich denke, es hat sich einiges getan. Ich finde, dass es tatsächlich sich flüssiger anfühlt, mit Lumina AI zu arbeiten. Es gibt ein paar interessante Verbesserungen. Ob ich jetzt hier oben die Vorschau oder diesen Tooltip brauche, sei mal dahingestellt. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man hier zu den einzelnen Filtern vielleicht nochmal so eine kurze Information bekommen hätte, was denn damit passiert oder was passiert, wenn ich diesen Filter nutze. Das ist nicht der Fall. Vielleicht kommt das in der Zukunft. Ich muss sagen, das Update gefällt mir an sich sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, die Bilder sind schneller aufgebaut. Was hältst du von Lumina AI Update 1.01? Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es läuft stabil bei allen. Ich denke, vereinzelt wird es mit Sicherheit das ein oder andere Problem geben. Das ist aber ganz normal. Ich hoffe, dass dann auch Skylam dabei ist und diese Probleme dann löst. Von daher möchte ich mich bedanken beim Zuschauen. Ich hoffe, es war informativ. Wenn ja, lass mir einen Daumen nach oben da. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest auch mit Lumina AI arbeiten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir den Link hinterlegt, über den du das Programm bestellen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, du musst nicht mehr für das Programm bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision von Skylam, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Auf die Art und Weise kannst du mich und meine Arbeit hier ein klein wenig unterstützen. Zusätzlich gibt es noch einen Rabattcode. Darüber kannst du noch mal einen kleinen Betrag einsparen. Wenn dir das Video gefallen hat und du möchtest mehr von diesen Videos sehen, dann hinterlass auch ein Abo und aktiviere die Glocke. Dann bekommst du eine Information von YouTube, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Ich freue mich riesig darauf, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ciao!